Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come to Lawrence und wir stehen geblieben, nachdem wir in der letzten Folge uns komplett fertig gemacht haben, uns komplett in die Ausrüstung gekleidet haben, die dann demnächst doch die Hauptrüstung sein wird. Wir stürzen uns jetzt wieder neben Person, sodass ich anfangen, uns wieder mit Theresa zu treffen und dann das Pferd vom Neuhof abzuholen, was von Herrn Dewish nicht mehr angenommen wird, weil ihr Mann tot ist, falls wir uns daran erinnern. Auf jeden Fall werden wir dann auch dahin gehen und vielleicht können wir sogar sagen, wir haben den Wisch gekillt, der sich so gemobbt hat. Und das kannst du Theresa fragen, außer sie hat keinen Kopf, da kannst du dir auch nichts sagen. Theresa, wie geht's, wie steht's? Ich will nicht mal schnell mit jedem abnehmen. Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum Zerbrochenen, lass uns dorthin gehen. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen? Klar. Warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Wie deine Saufnacht. Wer muss denn diese Schenke? Hm. Theresa, wo ist denn die Schenke? Also, da wären wir. Geil. Wollen wir, gerne etwas bestellen? Ja, sehr gerne. Geteleportet. Bedienung? Ja, ein paar Turteltäubchen. Was hättet ihr denn gern? Hm. Tja, schmeckt es? Es ist lecker. Dieses Bier. Es gibt kein Besseres in der Provinz. Hm. Hey. Was machst du denn da? Oh, nein, 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 nein. Oh, doch, 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 doch. Komm schon, trau dich. Nein, ich hab noch nie... Halt auf meine Hände. Ich weiß noch nicht mal wie. Oh, los geht's. Aber ernsthaft, ich kann das doch gar nicht. Voller Rüstung. Oh, sehr schön. Wird sehr eingenehm sein. Nicht übel. Du machst mich fertig. Und du sagtest, du kannst nicht tanzen. Hey, tanze doch lieber mit einem richtigen Mann. Wie wär's, wenn du abhaust und jemand anderen belästigst? Ach, komm schon. Dein Körper wie deiner ist doch verschwendet an so'n Lamm-Schlappschwanz wie den da. Oh, Mädchen, du hast echt geile Teten. Na, was gefällt mir? Ne Frau, die sich wehrt, bevor ich sie ficke. Ne Schlägerei. Das ist meine Rüstung. Die hab ich grad repariert. Aha. Dass er alles immer so enden muss. Wo ist denn der Typ? Hey, das hat er mir grad von hinten hin... Du kleiner... Was hast du von hinten hin gegeben? Ist das dein Ernst? Das kriegst du jetzt richtig. Komm her. Das war meine Rüstung, du Arsch. Geige. Der ist reingelaufen, das ist unfair. Ich weiß nicht mehr, wo ich kämpfe. Ach, ich weiß, wo ich kämpfe. Das ist doch überall, oder nicht? Überall der Festung. Und den anderen Kerl. Mir geht's gut. Au! Ja, natürlich. Deshalb jammert du auch jedes Mal rum, wenn ich dich berühre. Aber du hast ihn verjagt. Nachdem du mit ihm fertig warst, hat er nicht mehr sein großes Braum. Oh, nähle, das Kitzel. Eichei. Ah, ist die Rüstung wieder kaputt. Und ich hab auch noch... Ich hab noch... Ach so. Ich trag eine Rüstung. Danke. Darf ich dich heimbringen? Du gibst wohl nie auf. Willst du dich nicht lieber noch etwas ausruhen? Ich finde schon nach Hause. Die paar Schritte schaffe ich. Dann komm, mein Held. Meine Rüstung ist kaputt. Das muss ich dir lassen. Abende mit dir sind vielleicht schmerzhaft. Aber nie langweilig. Ich gebe Mühe. Du solltest reingehen, bevor Pesek sich noch Sorgen macht. Oh. Okay. Die Aussage war so... Nee. Der K... Nee. Der Kommentar war jetzt nochmal richtig Sahne. Okay. Oder... Oh. Ach. Ähm. Ich hab eine Hauptstufe höher. Ähm. Das ist gut. Gelehrter, Späher, Späher, Späherkönig machen, Naturburscher, äh, Bürger. Was ist das? Komm, mach ich aus, weil ich die Chance höre. Hab ich nicht so oft einen Kampf. Ähm. Ansonsten war es nicht, dass ich wüsste. So. Ich gehe mal durch. 100, 100... Ach. Ganz nah hat was abgekriegt. Das Kettenhemd, der... Das graue Zeug, der ganz... Äh, der Kuras hat einen Schlag abgekriegt und sonst nix. Ähm. Ich werde in dem Gebiet gesucht, würde ich sagen. Ich weiß aus, dass ich niemanden geschlagen habe, der mitten im Weg gelaufen ist. Dann muss ich mal kurz mal gucken, wie der Ruf jetzt hier ist. Wow. 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 Eigentlich wollte ich nicht schlagen. Das ist mir so eine Situation, das ist einfach nur doof gewesen. Da läuft ein Schlag und ich muss es ausbaden. Was ist mein Pferd? Das dauert mir zu lange zu laufen. So. Muss ich mal zur Wache gehen. Ich muss mich entschuldigen. Schweigt, Leute. Ich muss zur Wache. Ich sehe, na, ne. Ach doch, hier. Hey. Wächter, hallo. Hallo, Heinrich. Ich werde jetzt hier gesucht, oder nicht? Können mich jetzt mal die Leute anhalten? Ich möchte nicht irgendwann Geld bezahlen, wenn ich irgendwann mal irgendwo drin bin und einfach irgendwas mache. Ich würde es jetzt machen, wenn das jetzt schon so doof gekommen ist. Das sieht aus, wie sie einen Kerl geschlagen haben. Willkommen, Heinrich. Hier, komm, Wache. Im Dunkeln herumzuschleichen, erregt Verdacht. Zünde eine Fackel an, bevor du die Bucke hierherst. Da kommt er. Du willst ja mit mir reden. Was kann? Mit mir? Aber dann... Dann lade ich noch mal. Du willst, dass es doof ist. Das ist quasi... Da, wo wir vor uns angefangen haben. Vor... Zehn Minuten. Und zwar genau hier. Ah, Kack drauf. Reiten einfach schnell runter. Überspringen zu 90% die Gespräche und jetzt sehen. Tun den Typen zusammenschlagen und alles ist wieder gut. Lass mich doch... Boi. Den hab ich eigentlich grad angeritten. Hat sich irgendwie Herr Hanusch angehört. Muss schon mal umdrehen. So, jetzt. Schnell die Gespräche führen. Ich hab schon schon mal die Quest aktiviert gehabt hier an dem Zeitpunkt. Dann das weg, das weg und das hin. Dann schnell runterreiten. Kurz quatschen. Und dann... Zurück. Ach ja, und den Ehen zusammenschlagen. Und dann... So. Das. 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 Möchtest du? Das. War. Na. Gut. Reden. Jetzt nimm ich Klee bei der Schenke. Nicht? Es hat uns grad in der Zeit geklappt. Können wir mal mit Pesek reden. Leider hat uns was zu sagen. Also mir was zu sagen. Pesek. Grüß dich da, mein Herr. Guten Tag. Nicht? Schade. Nimmst du oft denn die Schenke? Manchmal. Wenn mir nach gutem Essen ist. Du würdest nicht essen wollen, was ich koche. Wohl wahr. Ich werde nie deine Waffe vergessen damals in Skalitz. Erwähne bloß nicht die Haferkekse. Fritz Magen hat sich bis heute nicht davon erholt. Und triffst du in der Schenke viele Mädchen? Natürlich. In den Schenken und Bädern tummeln sich die schönsten. Du Rüpel. Du musst dich doch nicht gleich so aufregen. Ich rege mich keineswegs auf. Ich mache nur Witze. Mädchen in Schenken kümmern mich nicht. Ich ziehe andere vor. Und welche sind das? Volle Lippen. Grüne Augen. Du bist so ein... Komm schon. Guck mal, da haben wir sogar noch ein Gespräch mitgekriegt, das wir davor nicht mitgekriegt hatten. So, jetzt überspringen wir das. Kennen wir jetzt schon. Wenn wir uns wieder von hinten überziehen. Wag ist dir. Diesmal schütze ich meine Rüstung mit meinem Leben. Und schlag keine Leute, die vorbeikommen. Okay, so. Zack. Hier, das ist jetzt schon ein Typ gewesen, der wahrscheinlich reingelaufen wäre. So. Also wenn jetzt meine Rüstung schaden hat, dann will ich auch nicht. Ja, kennen wir schon. Alles schon bekannt. Oh und ja und schön. Toll. Achso, ist doch noch nicht durch. Entschuldigung, ich muss durchspulen. Alles schnell machen. Jetzt habe ich nicht kein Kopfgeld. Kopfgeld. Keiner versucht mich einzufangen, was eh keiner gemacht hat. Und mein Ruf ist noch. Das Ding ist gut. Ja, 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 ja. Ja, ja, alles schön. Toll. So. Erstmal gucken, ob die Rüstung noch ganz ist. Ähm. Die Handschuhe haben nicht mal Schaden. Ja, doch. Das ist wieder kaputt. Wie zum Teufel kann das kaputt sein, wenn ich Leute schlage? Ach, egal. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Rennen. Leute, Richtung Neuhof. Ruhst mal mein Pferd dazu. Komm her. Wir müssen durch den Neuhof. Wir sollen für die Ewigkeit ein Pferd bringen. So, dann machen wir das weg. Die Markierung reißen in die Richtung. Ich bin hoffen, dass natürlich nichts entgegenkommt, was uns nerven oder töten oder verletzen oder irgendwas könnte. So mitten in der Nacht. Vor allem, wenn wir durch den Wald reiten. 的 Wunder. Ach, sorry. Stay. Stay, kutya! Add meg magad, vagy kinyirunk! Das Leben ist ja gekämpft auf Entfernung. So, hab ich den verwischt. So, ne, gibt nen Gnadenstoß für den. Come on. Bringt mir irgendwas von dem Geld, außer das Geld, was sie haben. Ach, die haben die Armschinen, der ist nicht schlecht. Und Verbände. Und Jagdpfeile, Jagdpfeile sind nie schlecht. So, da hätten wir den. Er hat schon irgendwo hier drüben getötet. Hier liegt er. Ähm, gewöhnliches Säbel, es bringt was ein. Äh, der Helm bringt bisschen was ein. Verbände sind immer gut. Die Kettenhaube. Die Lanzen liegt irgendwo im Nevada. Ach hier. Klever. Egal. Ähm, hab ich Schaden gekriegt? Hat er mich getroffen? Oh, ich dachte, der hat mich kurzzeitig getroffen. Muss schon mal nachgucken. Muss eigentlich nur auf den Kyras gucken. Ne, Kyras ist relativ ganz. Ich glaube, der hat mich nicht getroffen. Ähm, wie auch immer. Weiter. Ich habe noch einen kleinen Kampf gehabt gegen ein paar Schwächlinge. Also die waren ja echt schwach. Also schwächer ging es bei denen echt nicht. So. 24 Uhr. Hallo Heinrich. Wo ist der Tag? Mal her. Bei Neuhof ist ja die Stimmung perfekt. Hab ich ja 100. So, jetzt mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich sagen kann. Hey. Der Typ, der euren Hof geblündert hat und euren Mann getötet hat, ist tot. Das interessiert mich. Ob ich diese Aussage leisten kann. Ähm, die schläft theoretische Trüben, ne? Da. Machst du auf. Wortmama. Bis Neuner. ich bin ich will das wissen ob ich das sagen kann ob so eine gesprächsoption verfügbar ist und gucken weiter spielen im starren gedacht hat beziehungsweise das gezielt eingesetzt hat gleichzeitig speichern wir dann wenigstens hier nochmal gucken und reisen wir mit dem pferdchen durch die gegend und mache anscheinend ein renn kann ja nur gut werden so so rassi ja ich muss aufstehen ich schalte stehen ausgang der verfügbar ist so ist hier irgendwo ist hier die schließend ja wenn ich hier sagen näher ja er er ich sehe sie nachher dann mal einfach die aufgabe du bist als das Pferd Nein, komm. Gut. Ähm, wo muss ich hin? Bring in Thalenberger Stallung. Also, da oben. Okay. Da gibt es dann auch noch Nebenquests, die ich anfangen kann. Ich habe ja noch einen Haufen Quest, die wir noch nicht mal angefangen haben zu machen. Ich meine, die haben bisher wirklich nur Rataia Aufgaben erledigt. Wer ist denn hier? Ah, guck mal hier. Na, hast du noch ein neuerer Dingeserbombes? Wir sind uns schon einmal begegnet. Ja, doch. Dann weißt du ja, wie es geht. Komm. Klingt gut. Legen wir los. Also, aufgemerkt. Ein gewisser mächtiger Adliger beging eine Sünde und der Bischof erlegte ihm schwere Buße auf. An jedem Wochentag sollte er in der Kapelle auf den Knien beten, mindestens zwei Stunden pro Sitzung. Der Adlige war sehr beschäftigt und wollte so wenig wie möglich beten, ohne dabei den Erlass des Bischofs zu brechen. Wie viele Stunden in der Woche also betete der Adlige? Warte mal, das ist ein Clou. Ich glaube nicht, dass es einfach ist. Kannst du das wiederholen? Sicher. Hm? Ein gewisser mächtiger Adliger beging eine Sünde und der Bischof erlegte ihm schwere Buße auf. An jedem Wochentag sollte er in der Kapelle auf den Knien beten, mindestens zwei Stunden pro Sitzung. Der Adlige war sehr beschäftigt und wollte so wenig wie möglich beten, ohne dabei den Erlass des Bischofs zu brechen. Wie viele Stunden in der Woche also betete der Adlige? Ey, das kann doch nicht sein. Ich probiere es. Die Antwort lautet, acht Stunden. Der Adlige entschied sich, jeweils zwei Stunden zu beten, zu einem Zeitpunkt vor und nach Mitternacht, zwischen Montag und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, Freitag und Samstag, sowie zwei Stunden am Sonntag. Gräme dich nicht, nur wenigen. Weil die Sache ist doch, er hat dann keine... Der hat doch... Wenn er es am Sonntag macht, ne? Muss er ja am Montag trotzdem zwei Stunden haben. Heißt, er kann dann von 22 bis 24 beten. Müsste dann aber für Dienstag von 0 Uhr bis 2 Uhr weiter beten. Der macht das ja keinen Sinn. An jedem Wochentag mindestens zwei Stunden. Was ist denn jetzt hier? Och, ne Stuhl schon wieder. Willst du ja schon wieder kämpfen? Ja, komm. Was ist denn? Ähm, was? Du hast mich gehört. Ich pflege gewöhnlich nicht mit der... Ganz einfach... Ganz schön ein... Ähm... Erfreut dich kein... Ähm... Meine... Ich soll eine Jungfrau suchen. Hör mal, so ein Duell ist ja schön und gut, aber solltest du nicht lieber erst nach einer Jungfrau suchen? Ein... Hm. Wenn das erledigt ist, siehst du Duelle... Für wahr. Wenn ich für die Liebe kämpfe... Äh... So meinte ich das eigentlich. Danke für deine Ermu... Stets zu dienen. Macht nichts. Ich warte. Ich will jetzt eigentlich meine Rüstung annehmen, ist dadurch kaputt. Ach, hier ist sogar noch eine Quest. Egal. Teil im Berg. Obwohl ich es eigentlich eher hier durchgereist wäre, aber egal. Erstmal bis dahin und gucken. Sattheit geht runter, das ist schlecht. Hoffentlich hab ich was zu essen mit. Hier haben wir noch überall Quest. Wir haben hier noch Quest. Wir haben oben in U-Schütze, hier drüben noch Quest. Saß aber haben wir noch überhaupt nichts gemacht. So. Guter Schnauptropf sitzt. Ähm, ich hab Hunger. Lasst mich mal den Apfel hier essen. Und vielleicht hier getrockne Dings und noch ein bisschen davon. So. Gut. Dann bringen wir mal das Pferd hin und an die Stelle. Guten Tag, die Herren. Ich bringe ein Pferd vorbei. Gott schütze dich, Heinrich. Dann gut auf ihn acht. So, redest du mit Herrn Dewish. Zu tief. So, hier ist er. Oh, Herr Robert. Da kann ich schon mal mit Herrn Robert reden. Na, dann bist du was mit mir zu erzählen. Ich mag Herr Robert. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein. Üben. Schwert. Ich wäre gerne ein besserer Schwertkämpfer. Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut. Aber nur... Ist das nicht etwas... Was sagst du dazu? Nun, etwas mehr und der Handel steht. Einverstanden. Hör gut zu. So, da habe ich natürlich mein Schwert und noch ein bisschen verbessert meine Fähigkeiten mit dem Ding. Und daher habe ich schon noch ein Level ab und da hatten wir Speer ausgerüstet. So. Gut. Und dann Herr Dewish. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ähm, hier. Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Hm, Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst. Ich kaufe meine Pferde jetzt in U-Schütze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Gewiss verstehst du das. Die Stallmeisterei ist Männersache. Ich würde das machen. Ihre Pferde. Es sind schöne, kräftige Tiere, mein Herr. Makellose Hufe, gute Zähne, saubere Ohren. Aus U-Schütze bekommst du bestimmt keine besseren Pferde. Du scheinst eine Menge über Pferde zu wissen. Wenn du wahr sprichst, habe ich vielleicht eine Idee. Wir müssen ein Rennen machen. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Berichte meinem Stallmeister davon. Indes wieder bringe ich die Kunde an die Reiter anderer Stelle der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Oh, oh. Ja. Ich freue mich. Ich kann es doch überhaupt nicht versauen. So ist der hier. Ach, hier ist der Stallmeister. Guck mal, komm mal raus. Lass mal reden. Pferderennen, habe ich gehört. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Ich habe das Pferd aus U-Schütze hergebracht, das Herren Stefanie wollte. Alles in Ordnung mit dem Gaul? Ja, bin gut mit ihm zurechtgekommen. Sagst du, Herren Stefanie, dass er da ist? Sie weiß es sicher schon. Lugt fortwährend aus dem Burgfenster. Herr Divis schickt mich wegen des Rennens. Rennen? Ja. Ich soll dir ausrichten, dass er ein Pferderennen veranstalten will. Er selbst wird die anderen Reiter und Stelle benachrichtigen. Hm. Wohl wahr. Die Thallenberger Strecke ist schon lange keiner mehr geritten. Die Leute brauchen etwas Aufmunterung. Aber was hast du damit zu tun? Sora schickt mich. Sie möchte erreichen, dass der hohe Herr die Pferde bei ihr kauft. Sora? Sie ist vom Neuhofer gestillt, nicht wahr? Ja. Ich hoffe inständig, dass du für sie gewinnst. Nach all dem Pech verdient Sora etwas Glück. Kennst du eigentlich die Regeln? Nein. 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 Wir erklären dir vor dem Start, wo die Pfähle stehen und in welcher Reihenfolge du sie erreichen musst. Es gibt keine feste Strecke. Du kannst deinen Weg selbst wählen. Dafür sollte man die Landschaft gut kennen. Du musst von jedem Pfahl ein Band erbeuten. Sobald du alle hast, reitest du zurück. Wenn du als Erster zurück bist, gewinnst du. Verstanden? Verstanden. Nun gut. Ich greife mir in den Kopf. Aber für ein Ereignis braucht Zeit, bis es geplant ist. Bring den Apfelschimmel morgen Mittag zum Tor des Burgvorhofs. Dort ist der Start. Gut, danke. Scheiße. Als ob ich das den Weg und, und, und kacke. Also, das Gebiet kennen, nein. Gut reiten können, keine Ahnung. Also, es kann nur in die Hose gehen. Aber wir müssen ja bis zum nächsten Morgen warten. Hi, sie spielt Hammers. Immer auf Tee. Dann warten wir. Ich bin froh, dass du da bist. Ja, schön. Dann warten wir mal bis spät nachts. Und dann schlafen wir bis morgen frühs. Und dann wird geritten. Na, erklärt mir, wo die Dinger sind. Na, vielen Dank. Boah, das ist nämlich mal ein normales Rennen. Normales Rennen ist so viel einfacher. Ist so viel einfacher. Und da weiß ich, wo es lang geht. Hier muss ich meinen Weg selbst wählen. Das heißt, ich kann durch die Ballerei reiten. Kann dafür aber irgendwo hängen bleiben. Und hab dann den Salat. Wurde ich in den besten Weg und bin easy-beasy vor allem da. Aber ich glaub nicht, dass das ausgerechnet mir passiert. Mal gucken, ob das schon als Mittag zählt. Eigentlich ist es ja früh, deswegen ist es eh egal. Also, ich hab schon wenigstens sogar einen Speicherpunkt, falls wir es versauen. Ich will definitiv nicht verlieren. Ähm, aufstehen. Und verköstige ich mich erstmal. Dann haben wir noch davon. Lass mal essen. So. Ist immer voll. Dann pennen wir noch mal kurz. Bis um 10 oder so. Scheiße. Ah, stimmt. Ich muss erst warten. Stimmt. Nicht vergessen. Dann pennen wir bis 11 und dann reiten wir vor. Und mir so, ja, speichert. Ach, du Kacke. Ein Pferd. Ach, das ist das. Ein Pferd rennt normal, okay. Aber das ist kein Rennen. Das ist mehr eine Schnitzeljagd. Und das mit Pferd. Und ach, du. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, ich bin im Arsch. Oder am Arsch. Kann sehen, wie man will. So, jetzt geht's los. Es ist Mittagzeit. Ich esse. Ein Stück Fleisch. Und dann würde ich sagen. Hier endet erstmal die Folge zu Kingdom Come. Löhnen. Zunächst machen wir dann das Rennen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.